Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich will euch jetzt mal zeigen, wie man so eine fertige OVA-Datei, also eine fertige vorbereitete virtuelle Maschine in VirtualBox installieren kann. Dazu habe ich mir die von Tracelabs ausgesucht, weil ich mir die eh mal anschauen wollte und vielleicht kommen da ja auch noch dazu ein paar neue Videos. Letztendlich gehe ich in den VirtualBox Manager, klicke hier auf Werkzeuge und hier auf Importieren. Alternativ kann ich natürlich auch auf Datei und Appliance importieren gehen. Dann wähle ich mir eben die virtuelle Maschine aus und die habe ich hier im Downloads Ordner. Okay, jetzt wird mir nochmal kurz angezeigt, was ich hier so importieren werde und dann klicke ich auf Importieren. Ja, jetzt dauert es halt eine kleine Weile, ein paar Minuten, bis die Maschine importiert ist. So, die Maschine ist fertig und als nächstes empfehle ich euch definitiv auf Ändern zu gehen und einfach nochmal die Einstellungen durchzuprüfen. Zum Beispiel wollt ihr eine gemeinsame Zwischenablage zwischen eurem Hauptsystem und der virtuellen Maschine. Die kann dann von außen nach innen, von innen nach außen oder auch in beide Richtungen gehen. Das ist natürlich ein gewisses Sicherheitsrisiko, weil natürlich über diese Zwischenablage Daten hin und her gehen können. Ich würde das persönlich jetzt erstmal als gering einschätzen. Genauso kann ich Drag & Drop aktivieren und da gilt dann eben auch genau das gleiche. Ja, dann gehen wir auf System. Der Hauptspeicher sollte immer im grünen Bereich sein. Das ist natürlich hier nicht, weil die Grundmaschine nur 4 GB hat und mit 4 GB, also eine 4 GB Maschine in einem 4 GB System laufen zu lassen, wäre natürlich Quatsch. Das werde ich auch nicht machen. Es ging hier nur um den Installationsprozess. Genauso Prozessoren. Wie viele Kerne soll ich denn der virtuellen Maschine geben? Auch in der Anzeige der Grafikspeicher mit 16 MB soll es wirklich so wenig sein. Oder will ich da nicht doch ein bisschen mehr? Zum Beispiel 32 Massen-Speicher-Audio. Ja, überspringen wir jetzt. Netzwerk. Hier geht es eben darum, brauche ich eine eigene IP. Dann sollte ich von NAT umschalten. Aber für meine Zwecke reicht das mit NAT so. Und zu guter Letzt die gemeinsamen Ordner, die man hier eben auch hinzufügen kann. Okay, das war es schon wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. 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 Ciao.